Logitech hat wieder einen rausgehauen. Das zumindest haben wir behauptet vor zwei Wochen circa, auch bei einer News-Episode. Heute schauen wir uns diesen Tool genauer an. Es geht hier nämlich um Streamlab Podcast Editor, die Erweiterung des eigenen Logitech-System. Was wir aber damit gemacht haben, welche Tests wir vielleicht durchgeführt haben und was wir dazu sagen, erfährt ihr in dieser Podcast-Episode. Michael, starte unser Jingle. Hallo Michael. Grüß dich Gio. Na, wie geht's? Ja, blendend an diesem wunderschönen Dienstag. Also langsam musst du zum Doc, wenn du nicht mehr weißt, an welchem Tag wir immer aufnehmen. Das weiß ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr, lieber Gio. Ja, wir haben heute Dienstag, das heißt, die neue Woche ist gestern gestartet und wir haben jetzt ein Tool, den wir testen, was wir fast schon aber gespoilert haben in der Vergangenheit. Denn als wir in Episode 54, ich meine, das war, wann war das, glaube ich, 15. Juni? Nee, am 23. Juni wurde diese Episode veröffentlicht. Und da haben wir eben darüber gesprochen, dass Streamlabs etc. eine neue Erweiterung veröffentlicht hat. Und zwar von Logitech. So. Und wir haben uns dann gedacht, hey, weißt du was, das testen wir in naher Zukunft und das haben wir jetzt bereits getan. Also du, weil ich bin noch nicht dazu gekommen, bin ich ganz ehrlich. Ja, du hast gesagt, du hast die Episode versucht, schon dort einzuladen, aber wir kommen jetzt Step by Step zu diesem Tool, okay? Genau. Also erstmal haben wir eine Web-Oberfläche. Wenn du jetzt auf streamlabs.com schaust und dann gibt es da schrägstrich oder slash podcast minus editor, dann gelangst du zu diesem, ja, freien, äh, oder zu diesem, zu dieser Erweiterung. So. Jetzt können wir einfach sagen, okay, wir möchten jetzt starten for free. Eine Stunde ist für jeden für euch verfügbar, pro Monat, wenn ich mich nicht irre. Jetzt habe ich das Ganze gemacht und zwar habe ich verschiedene Ansätze durchgeführt. Vielleicht aber erstmal noch einen Schritt zurück. Was ist denn dieser Podcast Editor? Ich glaube, das kannst du mir aber sagen. Ja, der Podcast Editor ist ein webbasierendes Tool, also wie du mich vorher schon aufgeklärt hast, wo man seine Episoden entweder direkt aufnehmen kann oder dort bearbeiten kann, mit Hilfe seines Transkripts. Also das Tool hört sich die Episode in zigfacher Geschwindigkeit vor dir an und du kannst dir dann dein Transkript ansehen und mit Hilfe des Transkripts deine Episode schneiden. Also es ist ein ziemlich cooles Teil. Das heißt, wir wissen jetzt, was das für ein Tool ist und jetzt gehen wir rein in diesen Podcast Editor. Also wir öffnen jetzt quasi diese Web-Oberfläche, starten unseren Trier, unseren Free Trier und laden eine Episode unserer Wahl ein, okay? Jetzt kannst du natürlich eine normale Episode, eine Solo-Episode zum Beispiel hochladen. In meinem Fall, wenn ich jetzt bei so viel Podcast Einzelepisoden aufnehme oder auch ein Interview, wo man beide Stimmen hört. Das habe ich beides gemacht, weil mich hat es interessiert, gibt es da denn Unterschiede, Vor- und Nachteile? Gibt es da vielleicht Probleme, wenn zwei Personen gleichzeitig sprechen? Das könnte ich mir nämlich vorstellen. Dann habe ich das Ganze durchgeführt. Erstmal wurde ein Transkript erstellt. Jetzt braucht man schon ein paar Minuten, sage ich mal, Zeit, bis diese Episode hochgeladen wurde, bis dann dieser Transkript wirklich dann erstellt wurde, etc. Also es funktioniert manchmal innerhalb von Sekunden, manchmal ein paar Minuten. Wurde durchgeführt. Wirklich sehr gut transkribiert, muss man sagen. Also sehr, sehr viel in der Solo, in der Solo-Version, sage ich mal. Perfekt, also wirklich fast keine Fehler. Bis zum nächsten Mal. 未滿 bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.